Hallo Leute, Trimax hier. Ich habe in Fortnite Duo Cash Cup so dermaßen auf die Fresse bekommen, dass ich keinen Bock mehr auf Zocken hatte. Heute ist Ostern, gutes Wetter. Habe ich mir im Schiff Strobel gestabt, jetzt machen wir eine Spritztour. Auto ist eingefahren, wir dürfen komplett durchtreten. Wir müssen noch tanken, wir müssen was essen. Das ist der Plan, das machen wir hier so im Stream. Wie viele Kilometer hat der Porsche, ob ich das gefragt habe? 1940 hat er jetzt. Das heißt, wir können schon wieder richtig drauf treten, auf der Autobahn, wenn es unbegrenzt ist. Ich hatte schon, Abschleppdienst war da, schon Strafzettel und alles. Eigentlich war es schon vorbei. Das war ein Modus, der war schon da, dann wird abgeschleppt. Weil man meinte, ey, das ist doch Trimax. Ja, und dann hat er es sein lassen. Ich glaube, ich muss jetzt nur eine kleine Strafe zahlen, aber er hat mich dann nicht mehr mitgenommen. So Leute, wir müssen jetzt ganz schnell was essen, damit wir hier dann... Muss ich das jetzt wieder reinnehmen? Wie unangenehm. Ich hasse das. Ich hasse das. Du bist der Kameramann heute. Die Farbe ist doch sehr geil. Ja, ja, die ist geil. Aber okay, die polarisiert auch stark. Also ich liebe die Farbe. Ich finde es jedes Mal toll, wenn ich sie sehe. Auch bei Nachts, wenn es dunkel ist, sieht die wahnsinnig aus. Aber viele finden die Farbe auch richtig scheiße. Das ist ja auch komplett in Ordnung. Wie magst du, dass du aus dem Auto aussteigst? Ja, ist schwer. Arsch geparkt? Na, hier ist ein Streifen. Ja, ich habe zwei Parkplätze genommen. Aber ist jetzt ja eh nicht so voll. Die wolltest du einmal sehen. Ach so. Das ist so ein peinlicher Stream. Hä? Was hast du? So, wir kommen hierher von Burger King und streamen Porsche und dann zeigen wir deine Rolex. Das ist so ein peinlicher Stream. Ich kann auch mal ein anderes Neues dazu zeigen. Hier. Ah, okay. Und hier oben geht es noch weiter. Ich finde, man sieht immer so krass, als man, NPC ist overused, aber ich finde, man sieht übertrieben aus wie ein NPC, wenn man so ein Tablett trägt. Ich bin auf Sonntag noch bei, äh, ich bin auf Sonntag noch bei, äh, bei Softoff, bei diesem Dating-Format. Bist du nicht? Doch. Bist du nicht? Ich bin Sonntag bei Softoff am Dating-Format. Halt deine Fresse, ich auch. Ja, ich weiß, du bist die, ich bin vor euch, danach kommst du mit No Reax. Echt? Ja. Ich frage mich, wer so dumm ist und hat sich für mich beworben, also Grüße gehen raus und alles. Das ist krass. Digga, ich werde Samstag mich voll rauchen. No Reax, du und ich, wir sind alle bei Softoff. Ja, du bist ja sein Wingman. Ich bin Wingman von No Reax, ich helfe ihn. Das ist mal richtig ein Oster-Eißen. Stimmt, eigentlich isst man nicht immer Fisch. Ich helfe sogar so ein Fisch-Burger. Oster-Eißen-Chap. Kennt ihr die Story eigentlich aus der Gamescom damals, Chap? Als Max auf dem Klo war auf der Gamescom, da war er schon so mittelgroß oder auch schon groß. Und dann sind die kleinen Kinder gekommen und die waren scheiße und haben so gegen die Dings geklopft, gegen die Tür. Auf der Gamescom und haben gesagt, Try Max, Try Max, komm raus. Und wollten auch so über das Klo steigen und Max war gerade übertrieben am Abwursten. Und die kleinen Kinder haben gegen die Tür getreten und so. Boah, war eine witzige Zeit. Doch, die haben in das Scheißhaus gestürmt, dass Try Max aus dem Klo war und der soll rauskommen. Ich habe gerade in die Story von der Gamescom erzählt, dass auf dem Scheißhaus warst du die Kinder nicht angegriffen. Ja, ja, die haben mich angegriffen. Wie so ein Zombie-Hole von allen Seiten. Try Max, komm raus. Ich war einfach im Klo, hab geschissen. Ich war sieben Stunden auf der Bühne, da wusste ich scheiße, dann bin ich verfolgt. Ich bin aus dem Klo, von allen Seiten. Die sind so unten drunter geklettert, dann haben sie unten durchgeguckt und so. Das war wirklich wie ein Zombie-Apokalypse. Digga, was ist das? Dann triffst du deinen Idol und dann siehst du, wie er sich den Arsch abwischt auf der Toilette. Was ist das denn für eine Scheiße? Krank, Junge. Digga, wie hässlich steigst du ein? Ich fahrt gern Porsche, ne? Ah. Langsam, aber laut. What the fuck, Digga? Digga, what? Das knallt durch den ganzen Tunnel. Guck mal, die gucken schon hinten, was die im Oldtimer. Die haben sich alle umgedreht. Die haben sich alle umgedreht, Digga. Was ist das denn für eine Scheiße, Mann? Der wird doppelt so schnell wie ich, der Wichser. Firma, sei nur mal ein Schild. Das hasse ich, Mann. Hier ist 80 und die fahren einfach 130, wie es denen beliebt. Dafür bräuchte man mal einen Anzeigenhauptmeister. So jemand, der so, dass du so selber so blitzt oder so. Du hast ein Blitzergerät und das darfst du einstecken mit Videobeweis. Und dann, weißt du? Dass du so selber mobiler Blitzer bist. Das wäre geil, Digga. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Das wäre geil. Damit könnte er richtig Geld zusammenheimsen. Das ist doch übertrieben Ass, Junge. Fick die Raser. Ich rase auch manchmal gern. Hä? Was? Ja, weil du nur mit Umgegrenze bist. Komm mal da vorne, das steht. Ja. Die lassen wir alle durch. Was ist das für ein Sound, Junge? Ich habe eine scheiß Formel 1 Karre. Ja, das ist was ganz anderes. Das ist ein Drängler. Da will ich drauf. Na, guck mal. Der Volvo einfach weiter. Warum lachst du? Der Volvo hat drauf, stabile Autos. Ja. Das ist so beschwerend. Moment, R8. R8 ist glaube ich Tau 10 oder so. Was ist denn die Autos hier? Ja. Ich weiß, was ist das für ein Tunnel, Junge? Ja, das ist ein V10. Ja. Ey, sie hat immer gefilmt. Hä? Ja. Der hat immer gefilmt. Und der Opa war das geil. What? Ja, das ist immer. Hä? Du hast gerade einen Daumen hoch vom Hamburger Opa bekommen und hat es gefilmt? Ich mache das im Tunnel und dann sagt es lieber immer, Mann, mach das nicht. Das nervt nur alle. Rechts neben mir Lkw-Fahrer, macht es so und dann geht drauf. Links neben mir kommt alle mit da oben und alle feiern das mega im Tunnel. Da ist auch gerade der Sound ist oft gestört. Da ist der R8. Ein R8 ist schon heftig. Ja klar. Ist das nicht sogar irgendwas gleiches wie bei einem Lambo, glaube ich? Irgendwas ist gleich. Nee, Lambo hat doch V12, oder? Nee, nee, aber irgendwas, irgendwas vergleicht, glaube ich. Irgendwie der Unterboden oder das Fahrrad. Warte mal, wo fährst du eigentlich hin, Junge? Zum Haustadion. Die haben heute verschissen. Die haben es verkackt heute. Verstehst du? War vom Fahrrad, den verfick nochmal zum Haustadion. Boah, der Sound ist aber auch krass. Ohne Schiss. Motor ist gleich. Guck mal. Halt deine Fresse. Ich habe mehr Auto-Alo als du. Ich habe mich gerade gefickt vor all den Leuten. Richtig heftig. Ich habe gesagt, das hat irgendwas vom Lambo verbaut. Der Motor gleich. Du könntest auch so ein Rentner sein, der so für seine Kinder was filmt, wie er tanken geht zum ersten Mal. So stehst du gerade hier. Das geht so doll nach oben. Digga, das ist ja jetzt schon... Hast du ein voller Tank bei dir? Ich habe für Kuba... Ohne Witz, dafür kannst du schon ein übelstes Fahrrad kaufen. Ich habe Kubas E63? Nee, 53. Ich lasse anschreiben. Kein Bock das zu zahlen. Ich habe vollgetankt 120. Boah, was... Ey, ohne mit zu viel zahle ich auch für einen AMG. Ja, aber ich habe... Ich hatte ja noch 20 Liter drin. Ist nicht mal voll. Digga, wie viele V-Bucks sind das? Oh, ist der dumm. Du reißt das ab und dein Auto geht kaputt. Man muss immer so ein bisschen abschalten, weißt du? Aber es ist geil, dass du es vorne hast. Finde ich irgendwie geiler. Können wir eine Petition starten, dass das ab und jetzt immer vorne ist? Warum ist das bei so vielen Autos hinten? So, und hier habe ich... Hier habe ich studiert. Das ist die Uni? Ja, die Fresenius. Also, war sie früher? Ist da was Neues drin? Hier ist sie doch. Oh, das kommt mal aus. Wieso wird das so schnell? Hä, hier ist 5 Schrittgeschwindigkeit. Hier war ich immer im Sommer mit Kai Pflaume, Stand-up-Pen ein bisschen. Ach, hier war das? Ja, normal. Waren wir jetzt im Sommer auch mal? Hä? Waren wir im Sommer auch mal? Wir beide? Ja. Ich mache das immer mit meinem Bruder und der Fußballmannschaft. Keine Ahnung, ob die ich dabei haben wollte. Ich kann mal fragen. Aber ich gehe nicht davon aus. Hier fährt auch der Dampfer immer lang. Theoretisch könnten wir jetzt hier, Rabenstraße, direkt da hinten ins Zentrum fahren. Hä? Dahinten siehst du das Rathaus und alles. Ja, klar. Das ist hier im HVV-Dings mit drin. Kann man das Ding mieten? Ja, was? Ja? Ja? Wie sicher bist du dir? VH64, ich glaube, das kann man mieten. Im Sommer segeln hier teilweise 200-300 Boote zeitgleich. Das check ich nicht. Das ist doch viel zu klein zum Segeln. Macht das hier Spaß zu segeln? Der hat ein Foto von uns gemacht. Der hat ein Foto von uns gemacht. Wie schlecht. Wir haben uns umgedreht, weil sein Motor so laut war. Und dann hat er gesehen, dass wir ein Foto von ihm machen. Und dann hat er ganz schnell sein Handy aus dem Fenster wieder reingezogen. Was ist denn das für eine Aktion? Hier seht ihr einen Baum, Leute? Ich laufe hier einmal im Jahr einmal komplett rum. Ja. Mit einem Bollerwagen. Ja. Und 240 Bier. Am Fallertag war ich auch dabei. Hier ist das, da wollte ich schon mal hin. Kannst du mal auf Offen? Das ist die Frage. Wollen wir mal probieren? Google mal, ob Offen hat. Ich mache es so, so geheim. Es sieht aus wie ein Autohaus, aber das ist einfach nur die Kundschaft von dem Laden. So, was jetzt? Kommen wir da jetzt hoch oder nicht? Google mal, wo der Eingang ist. Digga. Da oben ist die Bar. Oder da oben. Also eins davon ist die Bar. Hier ist überall Gänse-Scheiß. Guck mal, wie heftig die kacken, die scheiß Vögel. Die fressen da hinten nur Matschepampel und kacken dann hier hin immer. Das nervt. Guck mal, wie heftig die kacken. Das ist so schlimm, als würde hier ein Pferd langlaufen. Guck mal, wie viel Riesen, das sind Riesenwürste hauen die raus. Guck mal, das ist keine normale Vogelscheiße. Wie so entspannt von einer Taube. Digga, hier ist überall einer reingetreten. Natürlich, das ist ein Fußweg. Und der ist voller Scheiße. Nimm du mal die Kamera. Nein, die nehme ich. Nein. Digga, wirklich. Ah, sorry. Aber nimm du mal die Kamera, bitte. Nein, die werde ich nicht nehmen. Du willst da drins fliegen, dann nimmst du sie auch. Bo. Ey, bitte, Mann. What are you doing? So, ich habe einfach mein Handy in der Hand. So, ein ganz normaler Mensch. Super, dankeschön. Dankeschön. Ich weiß, Entschuldigung, wenn ich darauf anspreche. FIFA. Ah, FIFA. Hab ich sehr lange aufgetrocknet. Oh, geil. Und ich habe die Videos echt gefeiert. Ja. Ich glaube, auch nicht wegen diesem, ich kaufe jetzt für 10.000. Aber dann einfach, um zu gucken, was für ein Müll dabei rauskommt. Ja, stimmt. Also, deswegen muss ich es ansprechen. Ich bin jetzt auch seit 17 dabei mit FIFA. Ja. Und Höhen und Tiefen kennen wir. Ja. Stimmt. Und jetzt habe ich 24 auch noch. Habe ich gesagt, komm, ein letztes Mal nimmst du es mit. Ja. Dann habe ich auch, eine Zeit lang spielst du nicht. Ja. Wenn du über einen Monat so nicht spielst, dann kommst du wieder und dann ziehst du auf einmal Ronaldinho mit 15 Millionen. Das machen die mit Absicht. Auf jeden Fall. Ja, ich habe bei 23 aufgehört. Ja. Besser ist das. Ja. Ich gucke mal, was FIFA jetzt. Soll ja nächstes Jahr ein eigenes Spiel rauskommt. Ja, ja, genau. Ich hoffe, die machen keinen Pay-to-Win. Hundertprozentig. Machen sie. Wird nur noch schlimmer. Das ist schade. Ja, stimmt. Oh, die Mandeln sind warm. Ja, die sind warm. Die sind sehr, sehr lecker. Wow. Alles Gute. Ich will euch noch länger aufhalten. Genießt den Tag. Ja. Ein sympathischer Kellner. Die Nüsse sind ja geisteskrank. Die sind warm. Die haben die fucking Mandeln gebraten. Hier ist die Außenalster. Die ist groß. Im ganzen Sommer ist hier alles voller Segelschiffe. Stand-up Leute. Kanufahrer. Kajak. Da haben wir die Brücke. Trennt die Außen- und die Binnenalster. Wow. Und dahinter ist direkt das Zentrum. Das Dach da mit dem grünen Gebäude ist das Rathaus. Dann seht ihr hier noch die St. Nikolai Kirche dahinter. Und da ist dann auch direkt die Europapassage. Die kommt dann hier so ziemlich da an der Ecke direkt. Und das ist es. Habt ihr genug gelernt. Oh, wie ist er? Ist köstlich. Kommst du jetzt öfter? Im Sommer würde ich hier auf jeden Fall mal ein Date abhalten. Wollen wir mit dir nochmal kommen? Im Livestream. Ich hab ne kleine Cola Zero mir geholt. Für 7 Euro. Das Ding ist klein aus meiner Hand. Bro, es sieht auf jeden Fall aus, als hättest du mit Gänsescheiße getreten. Hä? Volle, volle, Alter. So steigst du nicht. Du gehst zu Fuß nach Hause. Du machst die ganze Terrasse voller Gänsescheiße. Oh. Wir kommen hier hoch, essen 4 Packungen Nüsse, holen uns ne kleine Cola Zero, verteilen alles mit Scheiße und gehen. Wollen wir mal weiter? Ja. 3% Akku, nein. Ja, siehste. Digga, nein. Siehste, kam gar keine Benachrichtigung. Digga, das ist ja... Ne, wir können nicht zum Auto rennen. Ich muss ausmachen. Ich brauche noch ein paar Prozente. Ja, Leute, das war's. Scheiße. Das war ein cooler Gänsche. Wir haben eine kleine Spritze mit dem Porsche gemacht. Wir waren bei richtig beschissen Burger King. Können wir gerne wieder machen. Der hat ja gut funktioniert, deswegen können wir jetzt wieder machen. Ja, war geil. Okay, Chad, danke fürs Zuschauen. Zuerst bei Fortnite, jetzt hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Und... ...